Herzlich willkommen zu einem Anwenderbericht über Antriebstechnik von SEW Eurodrive. Lackierte Kunststoffoberflächen von Bodenbelägen und Möbeln werden immer perfekter. Hochwertige Ergebnisse erzielt man mit sogenannten Walzenauftragsmaschinen. Ein flüssiges Beschichtungsmedium wird dabei auf ebene Flächen übertragen. Walzen mit unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften ermöglichen die Verwendung von Lack, Spachtel, Leim, Schmelzkleber und anderen Materialien. Die Firma Bürkle in Freudenstadt ist Spezialist für den Bau solcher Beschichtungsanlagen. Die Walzenauftragsmaschinen werden nach dem Baukastenprinzip montiert, um flexibel auf unterschiedlichste Kundenwünsche eingehen zu können. Gemeinsame Basis sind standardisierte Maschinengrundrahmen mit Antriebskomponenten von SEW Eurodrive. Eine einzelne Maschine enthält drei bis fünf SEW-Antriebe für die eigentlichen Walzen und für den Transport der Werkstücke. Bürkle verlässt sich auf Motoren, Getriebe und Frequenzumrichter von SEW Eurodrive. Diese Vereinheitlichung hat in vielen Fällen den Energiebedarf der Maschinen gesenkt. Gleichzeitig vergrößern die SEW-Umrichter der Baureihe Movitrack B den Regelbereich. Diese kompakten und wirtschaftlichen Frequenzumrichter decken Leistungen von 0,25 bis 75 Kilowatt ab. Die Antriebseinheiten von SEW beanspruchen wenig Platz und sind leicht zu bedienen. Dadurch konnte der Anlagenbauer aus Freudenstadt seine Produktpalette optimieren und seine weltweite Wettbewerbsfähigkeit sichern. Bei der Reinigung der Walzen können Lösungsmittel zum Einsatz kommen. Deshalb erfüllen die Motoren die Vorschriften für erhöhte Sicherheit. Die hier eingesetzte SEW-Motoreihe wurde von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt geprüft und für den Betrieb am Umrichter abgenommen. 70 bis 80 Prozent der Walzenauftragsmaschinen von Bürkle werden an die Holz- und Möbelindustrie geliefert, einen besonders umkämpften Markt. Auch in der Zementindustrie finden sich interessante Anwendungen. Betonsteine und Platten, die es bisher nur in grauer Betonfarbe gab, werden heute mit funktionalen Schichten überlackiert. In der Glasindustrie werden Möbelglas, Bauwerks- und Fassadenglas lackiert und beschichtet. Auch in der Elektronik- und Automobilindustrie behandeln Walzenauftragsmaschinen von Bürkle die unterschiedlichsten Oberflächen. SEW-Antriebe unterstützen sämtliche weltweiten Energiesparstandards. Mit zahlreichen Optionen und einer großen Zubehörpalette helfen sie dem Unternehmen aus Freudenstadt auf dem Weltmarkt zu agieren. Über 80 Prozent der Produktion gehen in den Export. Deshalb zählen für Bürkle auch die weltweite Präsenz und das dichte Service-Netz von SEW EuroDrive. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020